Ich singt es der Satmarie und ich enseigniere deinen Chor. Der Chor ist ein ganz schönes Instrument, wo man in wunderschönen Melodien spielen kann. Wir können mit dem Chor ein Sinfonieorchester und Blaschbläserbands an eine Harmonie spielen. Wenn du mit Neufern erleben willst, was für eine große Freude Musik möchtest, dann bist du willkommen für bei Eis Chor zu spielen. Musik 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 Musik